Ich bleib dabei, die Rollen sind doof, wo sie gut für den Boden sind. Oh, Lala. Oh, okay. Oh, wenn ich mir denke, wie lange das dauern wird, bis wir jetzt unser Charakter so weit oben haben. Ich muss auch noch gucken. Gut, ich werde mich hier... Eigentlich will ich ja tatsächlich auch hier eine Gilde haben, aber... Also keine Gilde in der eigentlichen Sinne, sondern eigentlich nur die Boni abschlauen. Ich bin eigentlich nur die Kommandossa. Muss ich noch gucken, wie ich das mache. Muss ich noch schauen. Geht aber ja eh erst, wenn wir... ...eine Gesellschaft haben. Mein Gott, diese Musik, ey. Wenn diese Musik nicht einfach schön ist. Es wird nur einfach strange, wenn wir dann mit dem Char hier... ...die Event-Quest machen. Wir haben noch lange nicht das Abenteuer richtig begonnen. Wir machen dann schon diese Event-Queste. Festkommitee-Mitglied. Also, das sagt man nur... Okay. Du bist die Abenteuerin, die heute die Hauptrolle übernimmt. Oh, wie aufregend. Alle Augen werden auf dich gerichtet sein. Alles ist bereit. Komm mit. Die Saatseherin ist da. Okay. Die Saatseherin ist da. Mögen die Gebiete des Waldes unsere Heldin segnen. Was ist das für ein Glanz? Das ist doch nicht ein Lichtkristall? Bist du etwa vom Urkristall geleitet? Hast du sein Licht gefühlt? Es ist ein Gefühl wie ein Ätherrausch, aber erhaben und kristallklar. Hast du das gespürt? Unglaublich! Du bist direkt von Heideling geführt. Du hörst ihren Willen. Vor einiger Zeit gab es in Eosea Helden, die gegen die Primae kämpften, gegen die Gottheiten der wilden Stämme. Als die staatlichen Gesellschaften gegründet wurden, füllten sie ihre Reihen und bekriegten das Galeische Reich. Um ihre Heimat zu retten, kämpften sie auf Seiten der Eoseischen Allianz in der Schlacht von Cardenow. Fünf Jahre ist das her. Doch danach fehlte von ihnen jede Spur. Wer verschont blieb, erinnert sich ihrer Gefasstheit in jener Stunde. Wie abgeklärt sie ins Unvermeidliche schritten. Für Eosea waren sie bereit, ihr Leben zu geben. Doch wollen wir uns ihren Namen ins Gedächtnis rufen, erschrecken wir, wie verschwommen die Erinnerung ist, wie die Schrift eines vergebten Folianten. Versuchen wir, uns ihrer Gesichter zu erinnern, so ergleist nur ihr Umriss, als verdeckten sie die Quelle dieses blendenden Scheins. Und daher nennen wir sie die Krieger des Lichts. Wenn ich dich sehe, vom Schein des Kristalls geführt, so muss ich an diese Tapferin denken. Abenteurerin, bewahr diesen Kristall wie dein eigenes Leben. Dass der Urkristall dich erwählte, seine Stimme zu hören, hat gewiss seinen Grund. Du bist in der Tat keine gewöhnliche Heimatlose. Wer weiß, welch gewichtiges Los dich erwartet. Denn du besitzt eine ganz einzigartige Kraft. du besitzt eine fertige Kraft. der sieg gehört dem der zuerst danach greift krieger von ulda zeigt eure stärke verflucht die linke flanke verliert an kraft die barracudas müssen nachrücken die kerntruppen müssen die position halten um jeden preis die gelben schlangen sind in bedrängnis schnell schickt ihnen die weißen wölfe zu hilfe wir können die abenteurer nicht im stich lassen nicht wo sie so großen mut beweisen was ist los kann nicht nachlassen von einem lauen lüftchen wie diesem werden wir nicht weichen irgendwas ist dort drüben raubahn an die blutgeschworenen was ist da los antwortet verflucht verdammt was passiert da was ist das wir müssen weg von hier aber es gibt keinen aufweg verdammt ich glaube ich war ich glaube ich war brennt jackis melde dich jackis klobis war Ihr Götter! Wofür wollt ihr uns bestrafen? Auch kein Kontakt zu den Barracudas? Nichts, Admiral. Die Kontaktperle ist tot. Was ist mit unseren Kämpfern? Keine Antwort, ehrwürdige Saatseherin. Eine dunkle Präsenz scheint den Empfang zu stören. Versuch es weiter. Wir müssen sie erreichen. Jawohl! Admiral, General, es ist aus. Wir müssen den Befehl zum Rückzug geben. Und Louis Vuitton, wollt ihr den krepieren lassen, ja? General, es ist zu spät, um einfach nach dem Sieg zu greifen. Diese Schlacht wird keinen Sieg erkennen, das wisst ihr. Wir opfern unschuldige Leben. Seht die Abenteurer, die kämpfen, obwohl sie kein Eid an uns bindet. Lasst sie gehen. Wenn jemand bei Louis Vuitton bleiben soll, dann wir. Der Befehl an alle Einheiten des Mahlstroms. Sofortiger Rückzug. Ich wiederhole. Alle Einheiten zurückziehen. Gebt der Abenteurerinfanterie den Vorrang. Die Haupttruppen sichern den Rückzug. Verflucht! Funker! Die Legion zieht sich zurück! Was? Ich weiß, dass die verdammte Kontaktperle tot ist! Renn schon los, verdammt nochmal! Das ist kein Gefecht gegen die Galear mehr. Das ist ein Massaker von unbeschreiblichen Ausmaßen. Danner Mut ist unser Ende. Dieser abscheuliche, grenzenloser Hass. Wir nehmen unsere Position an Louisois Seite ein. In Stellung. Wir nehmen unsere Position an, und wir nehmen unsere Position an, und wir nehmen unsere Position an. Wir nehmen unsere Position an, und wir nehmen unsere Position an, und wir nehmen unsere Position an. Oh ja. Aber du bist ein zähes Mädchen, und du wirst sicher schnell wieder auf den Beinen sein. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Also bis bald. Ach ja, beinahe hätte ich's vergessen. Keine Sender wünscht dich zu sehen, sobald es dir wieder besser geht. Sei das so gut und melde dich bei ihr am Wasserrosentisch. Sie macht sich furchtbare Sorgen um dein Wohlbefinden. Ja, ja. Oh mein Gott. Kriegen wir alles hin? Stimmt, ich kann ja noch nicht mal meinen Pflicht gerade ändern. Gut, will ich zur Zeit auch noch nicht, aber... Ich würde gehen. Es sieht gut aus. Nein, ich sollte zum Wasserrosentisch. Der Wasserrosentisch ist woanders. Ich würde gehen. Aber bald, bald sehen wir endlich was anderes. Welches denn bald? Wobei der Wald schön ist. Du bist der Daria Eistatze? Die älteste Saatse, Jaren, erwartet dich am Wasserrosentisch. So. Bloß diese ekelhafte Maske weg. Ah, Aydarie Eistatze. Ich habe dein Kommen mit Ungeduld erwartet. Bist du wieder bei Kräften? Wie schön. Dann bin ich erleichtert. Doch um die Wahrheit zu sagen, ich habe noch ein Anliegen an dich. Tja, wir können wie immer nicht Nein sagen. Vielen Dank, dass du meinem Ruf gefolgt bist. Ich habe ein vertrauliches Schreiben für die Anführer der Eoseischen Allianzen vorbereitet. Die Schlacht von Kartheno und die siebte Katastrophe haben zahllose Eosean das Leben gekostet und unzählige andere Familien und Heimat geraubt. Nicht wenige wünschten sie während der bitteren Trauer durch den Tod entgangen. Fünf Jahre sind vergangen, doch immer noch ahnt man, wie sehr die Ereignisse unser Land und unsere Herzen in Mitleidenschaft gezogen haben. Und auch unsere vage Erinnerung an die Krieger des Lichts will nicht zurückkehren. Nun müssen wir eben ohne sie voranschreiten. Wo Leben ist, da ist auch Hoffnung. Und wir glauben fest an die Führung der Gebiete und den Schutz der Zwölf, die damals noch das Allerschlimmste verhindert haben. Wir sind dankbar, dass so viele Gredanien den heutigen Tag erleben dürfen. Voller Respekt vor denen, die in dieser schrecklichen Schlacht ihr Leben lassen mussten. Daher werden wir eine Gedenkfeier für sie abhalten. Ich möchte die anderen Stadtstaaten dazu auffordern, es uns gleich zu tun. Da habe ich in einem kurzen Schreiben umrissen, wie wir die Zeremonie abzuhalten gedenken. Ich wäre erleichtert, wenn du dieses Dokument überbringen könntest. Vorausgesetzt natürlich, dass du dich dazu bereit erklärst. Du bist eine Abenteurerin, wie so viele, die bei Kartino kämpften. Wer könnte ihr Andenken besser in Erinnerung halten? Und dein vorbildhafter Einsatz für unseren Stadtstaat hat so viele Gredanien Mut gegeben. Ich danke dir. Du erweist uns einen großen Dienst. Denn Salomensa und Ulda sind weit entfernt von Gredania. Und auch zwischen ihnen liegt eine nicht unbedeutende Entfernung. Es ist Q-Time. Hallöchen. Und vielen schönen guten Abend dir. Aber sorge dich nicht, denn du solltest diese enorme Strecke nicht zu Fuß zurücklegen. Das ist gut. Ähm, ich spiele auf Phantom. Aber nur mit diesem Charakter. Du wirst an der Ziel fliegen. Hier gebe ich dir einen offiziellen Luftschiff-Pass. Also ich habe eigentlich noch einen anderen Charakter. Aber ich habe jetzt mir vorgenommen, meinen Main auf Chaos zu packen. Und ja. Nein, ich bin nicht neu. Also ich hatte meinen eigentlichen Main auf Fever. Aber aus Gründen. Ähm. Und weil ich meinen Char halt nicht auf... Also von Light auf Chaos packen wollte. Allein wegen Gilde und Chaos und so weiter. Habe ich mir gedacht, okay, ich mache einen neuen Main-Char. Und spiele halt die Story nochmal durch. Weil ich auch zwei Addons komplett nicht gelesen habe. Ich habe da keine Ahnung. Und ja. Und bin auf Zodiac. Auf Zodiac habe ich einen Community-Char. Den kleinen Schnoberto. Schnoberto Piccolini. Der gerade in Heavensward irgendwo rumlungert. Den... Das war ein Char für die Community tatsächlich. Der kleine süße Lala. Weil ich immer gesagt habe, ich spiele keinen Lala. Die Community hat sich einen Lala gewünscht. Aber den spiele ich zur Zeit nur ab und an. Bin nicht so gerade auf Lala... Auf... Ich möchte gerade wieder Katze sein erstmal. Ich bin auch ein Lala. Oh, Lala sind aber auch cute. Ich liebe meinen Lala. Ich liebe meinen Lala. Aber ich habe gerade keine Lust zur Zeit so einen Lala zu spielen. Aber Zodiac, da habe ich wie gesagt auch meinen... Mein Char. Erst Harz, meine Katze und jetzt Lala. Ja, wahrscheinlich aber mal... So eine Größenveränderung. Aber... Katze spiele ich tatsächlich am liebsten. Aber eigentlich habe ich alle gern. Außer diese komischen... Malwip... Hulk da. Diese großen unförmigen. Die mag ich jetzt nicht so gern. Aber ansonsten mag ich tatsächlich alle. Alle Völker. Der Luftschiff-Landepalast liegt unterhalb von Mijuns Hexenstübchen. Zeig am Schalter einfach deinen Luftschiffpass vor. Und du wirst in den Wartebereich vorgelassen. Alles weitere kann dem Mijun erklären. Früher verkehrten viel mehr Schiffe zwischen den Partnerstädten unserer Allianz. Aber nun, da der Schatten des Kaiserreichs bedrohlich über uns hängt, ist die Luftfahrt sehr starken Einschränkungen unterworfen. Die wenigen Flüge sind für Passagiere mit wichtigen Anliegen reserviert. Du verzotzt ein solches. Das ist aber nicht der einzige Grund, dich mit diesem Privileg auszustatten. Und diese Wand in den Schränken. Ja, genau die. Die... Ja. Wie gesagt. Die unförmigen Wesen. In blau... Grau... Diese männlichen Katzen, Löwen, Viecher, die sind ja noch in Ordnung. Ich... Ich... Ich glaube, Rodger sind das, ne? Die sind doch voll in Ordnung. Die sind doch irgendwo cute. Die haben Fell. Aber diese anderen Wesen... Furchtbar. Die sind einfach nur furchtbar. Das spiele ich auch gar nicht gern. Vor allem haben die immer so ganz komische Nasen. Die sind viel zu eckig. Komme ich irgendwie... Nee. Ich... Wir ahnen in dir ein großes Potenzial. Und wir sind sicher, dass du den Willen und die Stärke hast, es zu verwirklichen, Neidaria. Das ist einfach so. Kraft meines Amtes als Oberhof dieser Stadt mache ich dich zu meiner Botin. Und als Seherin lege ich dir ans Herz, deine großen Fähigkeiten zu entfalten. Schreit über diese Welt, befahre dir sie, erforsche ihre entfernten Winkel und sieh, was Eosea an Rätseln und Wundern dir bietet. Und wo immer du gehst, sei ohne Furcht, denn der Weg zeigt sich denen, die beherzt genug sind, ins Dunkel vorwärts zu schreiten. Du wirst vom Licht des Urkristalls geleitet. Entdecke dein Schicksal, denn großes mag dir vorher bestimmt sein. Er muss natürlich Spaß noch. Danke schön. Und dir eine wunderschöne gute Nacht. Und lieb, dass du reingeschaut hast. Spaß werden wir auf jeden Fall haben. Wir spielen FF, das kann nur spaßig sein. So, der Aufwand zu springen. Dadurch bewege ich mich nicht schneller vorwärts. Achso. Danke schön. Ja, komm, wir gehen den Weg zu Fuß. Schadet nicht. Jeder Gang macht schlank. Bekanntlich geht jeder zweite in die Breite. Katzen jagen erstmal wieder oben. die Strahlung Das ist fair. Lala Das ist, das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ja, 씋 van hier. Das ist ein Schuss. Wir freuen uns, wiederzusehen, Adarie. Hast du die Ente zu Sazirern getroffen? Du hast unter vier Augen mit dir gesprochen. Und nun sollst du auch noch eine höchst vertrauliche Nachricht zu den Anführern der Allianz bringen? Das ist das Ergebnis deiner unermüdlichen Bemühungen um Gridania, Adarie. Du hast dir keine Sennas Vertrauen redlich verdient. Ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf dich. Du bist ein guter Ersatz für die Krieger des Lichts. Das meine ich als Kompliment. Also, ich könnte mir keine geeignetere Bootin vorstellen als dich. Aber genug davon. Du willst ja wissen, wie du an Bord eines Luftschiffs gelangst, richtig? Dass du einen Luftschiff-Pass bekommen hast, ist übrigens auch eine riesengroße Ehre. Jedenfalls kannst du jetzt deinen Horizont erweitern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde dir stark empfehlen, dass du die Gridania mal Gridania sein lässt und dich sofort auf den Weg machst. Dann siehst du mal was wirklich Neues. Lämser-Luminser wurde von Piraten gegründet und in Ulda wimmelt es von Händlern und reichen Leuten. Natürlich gibt es noch viele reizvollere Gegenden da draußen, auch wenn durch die Katastrophe viel zerstört wurde. Manche finden sogar, es war ein guter Anlass, alles neu und noch schöner aufzubauen. Es wird viel für dich zu entdecken geben, aber sei auf der Hut. So wie wir hier in Gridania unsere Probleme mit den X-Ray haben, gibt es auch in anderen Staaten Konflikte. Kann durchaus sein, dass du in verschiedene Streitigkeiten hineingezogen wirst. Aber nicht verzagen, du machst das schon. Selbst die Gridania, die oft ein bisschen zu ernst sind, freuen sich inzwischen auf die Zukunft. Fünf Jahre hat es nach der Katastrophe gedauert, aber jetzt herrscht endlich Aufbruchstimmung. Na, mach dir am besten selbst ein Bild von der Welt. Vielleicht wirst du ja in dieser aufregenden Zeit einen bedeutenden Rolle spielen. Wer weiß. Ja, wer weiß das schon. So, jetzt müssen wir nach unten. Ich muss erst mal die Questa nehmen. Weißt du was? Auf mich wirken die Leute in Gridania immer so ernst, geradezu langweilig. Manche sind steif wie ein Brett, findest du nicht auch? Umso mehr hat es mich überrascht, als ich heute gesehen habe, wie eine Frau eine Gruppe Kinder einen fröhlichen Tanz beigebracht hat. So ein lustiges Treiben sieht man hier selten. Die Kinder machten allerdings keinen so glücklichen Eindruck. Der Tanz selbst sah aber recht interessant aus. Ich frage mich, ob man den lernen könnte. Wenn du dich auch interessiert, äh, wenn es dich auch interessiert, dann schau dir den fröhlichen Tanz doch mal an. Am Spielplatz Eichel-Matz habe ich die Frau gesehen. Ich weiß, welcher Tanz das ist. Das ist wirklich taxisch. Aberkершene Wee 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 Du bist hier, um dir einen Tanz anzusehen? Einen fröhlichen Tanz? Ich kann mir aber im besten Willen nicht vorstellen, was mein Tanz doch sein soll. Ach, meinst du vielleicht den Erntetanz, den ich versucht habe, den Kindern beizubringen? Das ist kein fröhlicher Tanz. Eine ernste Angelegenheit ist das. In diesem Erntetanz danken wir den Gebietern für die Früchte des Waldes und der Felder, die sie uns bescheren. Es ist schwer, die Kinder für eine so fromme Sache zu begeistern. Sie haben keine Vorstellung davon, wie es ist, wenn man Not leidet. Nicht weiß, was man am Abend essen soll. Hm, würde es mir einen Gefallen tun und mit Beatin sprechen? Er versteht sich gut mit Kindern und weiß vielleicht Rat. Bestimmt findest du ihn in der Gilde der Zimmerer. Okay. Hallo, Amthörerin. Was fühlt sich in meinem Gildenhaus? Kann ich etwas für dich hämmern oder hobeln? Ich verstehe. Klingt so, als würde Yerit die Sache einfach zu gewissenshaft angehen. Ein Tanz soll das Spaß machen, auch wenn er eigentlich eine ernstzunehme an Bedeutung hat. Wenn ich den Kindern etwas beibringen möchte und sie sich nicht auf die Sache konzentrieren können, block ich sie mit einer Belohnung. Das wirkt Wunder. Ich habe ein paar Holzspielzeuge gefertigt, die wollte ich den Kindern ohnehin schenken. Wenn du ihnen eins davon gibst, wird sich ihre Laune heben. Ihr bitte sehr. Danke schön. Achso, und ich kann mich einmal bei dem Gegengeheiß, also nicht bei dem, sondern bei dem hier. Mal melden. Hey, Schoalöchen! Einen wunderschönen guten Abend hier. Wie war dein Tag? Auch mal wieder hier. Auch alles gut. Freue mich aber, dass du reinschaust. Wetten, du trafst dich nicht, zwischen diesen Juckdornbüssen auf einem Bein zu balancieren? Versuchst du auch mal, du Angsthase. Oh, ein Holzspielzeug von Meister Beatin. Die sind immer klasse. Danke. Wie bitte? Du willst mit mir wetten, dass ich jedes Erntetanz-Stil lerne? Wetten doch. Wir werden ja sehen. War okay. Nein, ich finde das nicht ganz so. Aber... Ich glaube, besser als Meister auf jeden Fall. Ich hatte heute Krampf mit den Tierchen. Aber es tut mir leid. Dann hoffe ich, dass es bald wieder bergauf geht mit Ahoyt. Ob mich das Viech erschreckt hat? Alter. Kommt der, der ist mal hochgejumpt. Ich wusste nicht mehr, dass das geht. Ich dachte, man kann hier nicht ins Wasser. Egal. Würdest du mal was ganz Fieses sehen? Dann schauen wir mal dieses Nest voller Wasserflöhe an. Geh aufstehen und das um 17 Uhr wieder zu Hause ran. Boah. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Das ist aber keine feste Arbeitszeit, oder? Variiert wahrscheinlich. Oder... Oder ist es doch fest? Meine bessere Hälfte muss ich auch meistens... ...ewig lange arbeiten. Oh. Ja, gut. Okay. Schichtsystem, ja. Scheiße. Ja, Schicht ist... Ich glaube, Schicht wäre so gar nicht meins. Das ist ewig der Arbeitsweg. Wie lange fährst du denn zur Arbeit? Oder gehst du, oder... Ich darf das Spielzeug behalten? Wenn ich jede Distanz lerne, ist super. Nichts wie hin. Ja, Kinder. Okay, das ist lang. Das ist fast so wie mein alter Schulweg früher. Weil ich auf dem Land gewohnt habe und immer in die Stadt fahren musste zur Schule. Das war auch ganz toll. Oh, Ersatzverkehr. Oh, Ersatzverkehr. Ja, Ersatzverkehr ist Liebe, ne? Ersatzverkehr ist Liebe. Das habe ich auch, wenn ich mit Öffi zu meiner Großmutter fahren will. Die eine Seite geht nicht, ist Ersatzverkehr. Die andere Seite geht nicht, ist Ersatzverkehr. Ich bin immer froh, wenn mein Verlobter dann sagt, okay, ich fahre dich zu deiner Oma. Spart mir Arbeit und Weg und Geld. Ersatzverkehr ist mies. Egal, ob Bus oder Bahn. Das ist einfach nur scheiße. Vor allem, entweder ist es dann sowas von überfüllt, oder sie kommen viel zu spät. Oder, was sie auch einmal hatte, viel zu früh. Und ich musste dann eine Stunde auf den nächsten warten. Weil damals fuhr der halt nur einmal eine Stunde. Der gute Bus. Och, ich habe aber keine Lust zu tanzen. Vor jeder ist es immer so schrecklich ernst, wenn sie uns etwas beibringt. Nimm deinen Spielzeug und gib Ruhe. Wenn ich mir Mühe gebe und den Tanz lerne, darf ich das Holzspielzeug behalten. Du würdest mich also bestechen. Einverstanden. Okay. Äh, habe ab nächstem Jahr dann auch ordentlich viele Nachtschichten. Das ist so blöd. Keine geregelten Wochenenden. Sonst haben wir so einen Tag arbeiten zum Teil. Boah. Das ist echt kacke. Das ist richtig, richtig scheiße. Also, es ist ja noch das eine, wenn man in der Woche arbeitet. Oder selbst wenn man am Wochenende arbeitet, aber in der Woche wird es noch frei hat. Wenn man dann so gar nichts geregelt ist, hat... Boah, damit würde ich gar nicht klarkommen. Das wäre überhaupt nicht... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt hätte. Wenn ja, dann tut es mir leid. Aber als fast arbeitest du... Also, wenn ich fragen darf. Wenn ich das schon mal gefragt habe, es tut mir leid. Ich merke mir sowas leider nicht so häufig. Ich habe irgendwie so ein Gedächtnis wie so ein Sieg. Das ist ganz, ganz furchtbar. Zumindest zur Zeit. Zur Zeit, dass es so... Genau wie... Ich lege mir was hin und habe fast sofort wieder vergessen, wo ich es eigentlich hingepackt habe. Obwohl ich eigentlich direkt daneben stehe. Ausbildung zum Video. Elektroniker für Geräte und Systeme. Ah, okay. Okay, damit... Ja, mit Elektronik. Ich weiß, wie ich den PC bedichte. Ich bin tatsächlich ganz schlecht in dem Thema. Außer in der Schule bei Physik. Das habe ich hingekriegt. Keine Ahnung, ob du schon mal gefragt hast. Okay. Also, ich weiß bei Zweien, dass ich definitiv gefragt habe. Bei dir wusste ich es nicht mehr. Bei dir wusste ich es nicht mehr. Ich glaube nicht, aber... Ich versuche es mir dennoch zu merken jetzt. Aber macht dir der Beruf allgemein Spaß? Oder ist es eher so... Ist es eher so... Mäh. Und du machst es einfach nur noch zu Ende. Weil viele merken dann ja auch in der Ausgleichswo. Nee, ist doch nicht so. Oder ist einfach nur der Betrieb... So mit den Arbeitszeiten. Hab tausend Dank. Das hast du farbehaft gemacht. Alle Kinder sind zurückgekommen, um den Erntetanz zu lernen. Und sie geben sich so viel Mühe dabei. Dieser Erntetanz ist ein Tanz der Fruchtbarkeit. Und er wird in Gridania seit Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergegeben. Ihr Göttin Lufika segnet uns mit reichen Gaben. Aber Gridania blüht und gedeiht. Und dafür danken wir ihr mit diesem Tanz. Eigentlich bringen wir Außenstehenden diesen frommen Tanz nicht bei. Aber weil du mir so nett geholfen hast, möchte ich mal eine Ausnahme machen. Mach es mir einfach nach. Es ist in Ordnung. Die Arbeitszeiten sind nicht meins. Das Thema aktuell ist absolut langweilig. No. Ja gut, wenn ein Thema langweilig ist. Das hatte ich ja auch auf der Berufsschule. Da hatten wir auch mal so ein Thema. Das war so... Uah. Aber doch... Ne. Und im Betrieb dann... Da hat es uns tatsächlich noch halbwegs Spaß gemacht. Aber... Ja, das ist jetzt etwas... Das ist einfach so ungünstig. Kann ich sehr noch nicht... Ne. Neue Werk, Trainingsstätte und Berufsschule. Aktuelle Trainingsstätte. Messtechnik bisschen. Ah, okay. Äh. So, ich mach das jetzt... Krieg das jetzt einfach mal durch. Ich glaube, ich werde einen Strafpunkt kriegen. Weil ich kann es halt einfach nicht... Na komm. Ich kann auch nicht durchdringend sein. Ne, das... Ich glaube... Ja, okay. Ähm. Gut, dann kann ich das auch nochmal einfach kurz ablehnen. Und kann nochmal neu. Einen Strafpunkt habe ich ja jetzt so oder so bekommen. Nenoskop, Frequenzspannung. Oh, gut. Oh, gut. So, bis... Bis nach dem Tanz kann ich. Mit... Metern, Glück, bisschen vor Steine, Zeit, Racht. Du grüne Neuner. Also, ich habe sehr, sehr wenig Ahnung. Ich... Ich war in Physik gut. Da hört's auf. Na gut, wir hatten... Schulphysik mit Elektro-Dingens, Spannung und Strom allgemein. Die ganzen Themen. Wir hatten halt nur dieses... Das ganze Berechnen. Ich weiß gar nicht... Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß. Na gut, wie lange bin ich jetzt aus der Schule raus? Sechs Jahre? Vielleicht... Äh... Ja, genau. Genau das. Genau das. Das konnte ich sogar. Ich glaube, jetzt kann ich es nicht mehr. Aber ich konnte es mal. Ich hatte eine Eins geschrieben in der Arbeit. Ich weiß es noch. Ich hatte... Ist eine der wenigen Arbeiten, die ich da liegen habe, noch oben. Auf meinem anderen Schreibtisch. Eine der wenigen Arbeiten, die ich behalten habe. Weil ich da verdammt stolz drauf war. Ich glaube heute, wenn ich das heute nochmal machen müsste, ich würde einfach so... Ne? Das wird nichts. Aber das gibt ja auch nichts gelernt zu haben bis jetzt. Das ist am besten. Also ja, wie bei mir früher auf der Berufsschule. Das Einzige, was ich da irgendwie halbwegs mitgekriegt habe... Weil ich war halt auf so einen... Ja... Kochen und Wirtschaft, glaube ich, war es. Kochen habe ich dadurch gelernt. Denn Wirtschaftsteilen habe ich irgendwie verpeilt. Umschlussgesetz. Genau. Umschlussgesetz. Weil es ist wahrscheinlich schon was... Wobei ich wahrscheinlich schon was gelernt habe. Ja, wahrscheinlich. Aber man weiß es dann halt trotzdem nie, ne? Man fühlt... Ich weiß nicht. Bei mir war es halt auch immer so. Ich habe immer gedacht so, okay, ich habe irgendwie auch nichts gelernt. Arbeiten waren dann teilweise trotzdem ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob ich es heute noch könnte. Die meisten Sachen. Ich glaube, Inhaltsangaben kann ich noch schreiben. Aus dem Deutschunterricht. Irgendwann wurde mir aber eingeprügelt. Ist das so ein Idioten-Dreieck zum Umständen der Formel? Hm? Kann ich mich dran erinnern? Kann ich mich dran erinnern an dieses komische Dreieck? Ich glaube, ich habe das auch noch in der Formelsammlung. Wir hatten nämlich immer so ein Blatt extra dazu bekommen. Für Klausuren und sowas. Und dann konnte man dann ja gucken, ne? Da wo... Ich weiß gar nicht. Ne, ich weiß noch nicht mehr, wie das aussah. Ah ja. U oben, R links unten und I rechts unten. Okay. Genau. Ich glaube, R und I hätte ich vertauscht. Ich bin zu lang aus der Schule raus. Aber es hat mir damit Spaß gemacht. Wir hatten aber auch einen richtig, richtig coolen Lehrer. Der hat halt nicht alles so ernst genommen. Bei dem konntest du auch mal stundenlang über, ich sag jetzt mal, Weltraum diskutieren. Das hat mir richtig Spaß gemacht mit dem. Und ganz, ganz früher der andere, da hatten wir Bio, Chemie und Physik zusammen. Chemie hatte ich bis heute nicht. Das haben wir irgendwie nicht gemacht. Wir sind irgendwie immer bei Bio hängen geblieben. Und Physik war dann halt nur mit Schaltkreisen. Das war das einzige Thema, was wir physiktechnisch überhaupt hatten. Also, mein letzter Physiklehrer, der war echt gut, das hat mir Spaß gemacht. Auch eines der wenigen Lehrbücher, die ich behalten habe. Genauso wie Latein. Latein habe ich auch behalten. Latein fand ich auch toll. Ihr verwerbt, das hast du ja schnell gelernt. Du hast eine richtige Begabung zum Tanzen. Nein, habe ich nicht. Ihr scheint ja wirklich Spaß zu haben hier draußen. Nein, haben wir nicht. Jelit und ihre Wande umgezogener Zappelkinder. Was führt ihr hier für ein Theater auf? Ihr tanzt so steil wie eine Wagenladung. Kastanienholzbretter. Mit Brettern kenne ich mich übrigens aus. Die zersäge ich doch den ganzen Tag. Wollt ihr vielleicht Bekanntschaft mit meiner Meistersäge machen? Haha. Meister Beatin, was ist denn in euch gefahren? Und weg war sie. Meister Beatin, mit einer so ernsthaften Dame wie Frau Jelit, darf man doch nicht so grobe Späße machen. Die versteht das nicht. Nein, versteht sie auch nicht. Das Gefuchte mit der Zäge, das ist doch zum Fürchten. Hm, da habe ich das wohl ein bisschen übertrieben. Wollte doch nur mal sehen, wie weit ihr mit dem Tanzen seid. Wir haben alles so gemacht, wie Frau Jelit es gesagt hat. Und am Ende hat das Tanzen sogar richtig Spaß gemacht. Ein lustiger Tanz ist das. Komm, wir bringen ihn dir bei. Äh, ja, gerne doch. Nicht. Äh, der Leinbergleiter, den wir aktuell haben, ist so ein Rindenkacker und viel zu penibel. Und dann geht es mir so auf den Keks, wenn Leute so drauf sind. Ja. Das hatte ich immer mit Mathe- und Bio-Lehrern. Das ist... Ähm, muss so eine Zeichnung fünfmal wiederholen, gefühlt. Wer immer was findet, was nicht genau passt. Ja, das sind... Egal, ob es Lehrer sind, Lernbegleiter oder allgemein Gruppenpartner. Gruppenpartner. Es ist so furchtbar, wenn du so jemanden in der Gruppe hast. Oder allgemein jemanden kennst, der so ist. Das ist furchtbar. Hatten wir... Was ist denn in Mathe? Gut, das war in der sechsten Klasse. Aber... Äh. Wir hatten... Das war kein richtiger Test. Das war einfach so ein... Um das Gelernte zu wiederholen. Die komplette Klasse hat einfach komplett schlecht abgeschnitten. Wir haben diesen Test... Viermal... Neu machen müssen. Bis der Durchschnitt halbwegs in Ordnung war. Weil die Frau immer was zu meckern hatte. Die hat uns sogar noch in der Pause sitzen lassen. Und... Ich werde diese Frau auch niemals vergessen. Das... Vielleicht gerade deswegen der Grund, warum ich Mathe gehasst habe. Mathe war wirklich so mein Hassfach. Und das ist wahrscheinlich wirklich nur wegen der einen Frau. Oder wenn du mal das Gleichzeichen vergessen hast. Oh Gott. Gnade uns Gott, ey. Wenn man das Gleichzeichen vergessen hat. Die Frau war furchtbar. Oh, die hat sich noch gefragt, warum... Warum ihre Klasse immer so schlecht abschneidet. Ja. Das hätte ich mich aber dreimal gefragt. Hallo, Daki. Was heißt hier Dauerstreamerin? So viel streame ich doch gar nicht. Mathe konnte ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also Mathe war grundsätzlich fünf. Ab und zu vielleicht mal eine vier. Das war aber Glück. Wir sind um 41 da. Nicht 40. Und er macht so eine Ansage. Oh Gott. Oh Gott. Ja, solche Menschen kann ich nicht ab. Solche Menschen kann ich nicht ab. Ich dachte, man muss jetzt immer 24 Schritten. Nein. Ich glaube, Daki, der nächste 24 Stunden Stream, der dauert ein bisschen. Der nächste 24er, der dauert. So schnell kommt er nicht. Ich glaube, das pack hier und ich bin zu alt. Den kann man hier verschleunigen. Meinst du die Zeit bis zum 24er oder den 24er selbst? Weil Mathe deshalb auch im Abi abgewählt. Ja. Mathe ist schon ein blödes A. Einfach nur ein blödes A. Ich bewundere immer die Leute, die Mathe richtig gut können. Ohne Witz, ich bin heute noch diejenige, die selbst die kleinsten Sachen so ein bisschen an den Fingern abzählt. Obwohl sie es eigentlich im Kopf kann. Einfach nur um sich zu vergewissern, dass man auch wirklich, ne? Ob das auch wirklich stimmt, was man im Kopf gerechnet hat. Einfach nur mal nachrechnen. Das ist so furchtbar. Das ist aber nur furchtbar. Ich hasse Mathe. Angefangen beim Satz des Pythagoras bis hin zu... Ich weiß nicht mehr, wie das Thema hieß. Irgendwas mit Gleichungen. Das war ganz furchtbar. X hoch zwei gleich irgendwas. Ich weiß nicht mehr, wie das Thema hieß. Das war auf jeden Fall grottig. Und ich war grottig da drin. Das war einfach nur... Boah. Die klafft. Ich weiß nicht mehr, wie das Thema hieß. Aber da kenne ich auch ganz, ganz viele, die so gewesen sind. Wie gesagt, bei mir waren es immer Mathe-Lehrer oder Bio-Lehrer. Irgendwo... Eins von beiden. Immer. Grundsätzlich. Und alle hatten seinen Stock im Arsch. Und dann wird auch nur eins von der Form her abweicht. Kannst du gleich nach Hause gehen? Wie gesagt, toll, toll, toll. Ich bin bei sowas komplett raus. Ich muss sowas nicht vertragen. Aber das Schlimmste ist... Es sind ja auch nochmal... Also andere Menschen, denen du so begegnest. Ich weiß nicht. Das hatte ich jetzt neulich auch. Da habe ich... Bei einer Streamerin... Da war auch ein Zuschauer, der hat das auch die ganze Zeit so durchgezogen. Da hat immer jedes Haar in der Sub gesucht. Und immer auf alles bestanden. Mir tat die Streamerin echt leid. Ach, das ist... Ich weiß nicht. Wir können Menschen so sein. Ich meine, wenn sie selbst so sind und uns wirklich auf alles achten wollen... Okay. Aber dann lasst uns doch nicht an den anderen aus. Mann. Das ist... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe solche Menschen nicht. Sollen sie doch selbst einfach das so machen. Aber andere in Ruhe lassen damit. Spart man sich viel Streit und viel Ärger. Und man lebt in Ruhe. Ich hätte nicht los spielen. Also... Weißt du? Das ist... Die ganzen letzten zwei Streams. Wo wir FF14 gespielt haben. Wir haben ja Setting draus gemacht. Mit ein bisschen Socken nebenbei. Wir haben ja... Ich weiß nicht. Das wird Jahre dauern, bis ich im Endgame bin. Mit dem hier. Mit dem anderen bin ich ja schon. Sagen wir es so. Ich hab's nicht eiligt. Ich hab's nicht eilig. So. Jetzt lese ich aber ganz kurz. Guten Tag. Herzlich Willkommen am Luftschiff-Landeplatz. Hier ist der Schalter für Linienluftschiffe. Oh. Seid ihr nicht Aldaria Eistatzer? Die persönlich Gesandte der ältesten Satzseherin? Der Highwind Fluggesellschaft wird es eine Ehre sein, euch an euer Ziel zu bringen. Ist dem so, ja? Ich seh, der ist so penibel wie er. Das ist, wenn das zu 98% richtig ist. Ja, ist so. Ist so. Ich versteh solche Menschen. Oh. Oder wenn man Geräte früher weggestellt hat. Und sie nur 1 cm neben dem eigentlichen Platz gestanden haben. Da ist unsere Biolehrerin tatsächlich rumgegangen und hat gesagt. Hä? Das steht aber nicht genau da, wo der Staubschatten drumherum ist. Wo die Staubbegrenzung war. Weil da wurde ja nicht sauber gemacht bei ihr. Da hast du immer so eine fette Staubschicht. Und das muss genau in dieser... Da, wo das vorher gestanden hatte. Nicht links so über dem Staubstrich. Aber auch nicht rechts über dem Staubstrich. Das war furchtbar. Diese Frau war einfach nur furchtbar. Aber das bei allen Sachen. Irgendwie bei allen. Es war eine Linie ein... Was nicht mehr ganz genau passiert. Ja, ist so. Ist so. Oder man wurde dann angemeckert. Na, wie du schon sagst. Mit der Linie. Sie haben doch ein Lineal. Ja. Die Linie ist doch auch gerade. Sie ist so ein paar Zentimeter... Also ein paar Millimeter... ...die andere. Oder nichts genau auf dem Kästchen drauf. Ne, das geht so nicht. Machen Sie das bitte neu.